So, willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Der Tsai ist ja gestern angekommen. Wer gestern den Chill mit Ramses streamen gesehen hat, hat gesehen, der Tsai ist da. Wir haben zusammen dann gestreamt. Das hat sogar ein bisschen länger gedauert. Also statt 0 Uhr sind wir 1 Uhr erst rausgekommen. Wir haben während des Streams beim Dönermann angerufen, haben eine Dönerrolle bestellt, also ein Lachmatschun mit Käse und Ananas. Da hat er so, Ananas, ja, ja. Wirklich jetzt, ja. Und wir, ja, genau, so. Der Tsai hat seine während des Streams gegessen, ich dann nach dem Stream, aber das war lustig. Da hat der Dönermann wirklich gedacht, wir wollen ihn veräppeln, weil wir Ananas auf das Lachmakunen wollten, ja. Ich weiß immer noch nicht, wie man das Ding ausspricht. Ich sage einfach Dönerrolle, weil es ja im Prinzip dasselbe. Der Tsai ist jetzt gerade im Rewe-Zender und er möchte jetzt irgendwie was zum Frühstück holen, hat er gesagt. Ihr seht, ich werde hier total verwöhnt. Ich habe mir den bestellt, damit er mir immer Frühstück macht. Ich soll so lange mal das Gewinnspiel-Video aufnehmen für den Dienstag heute, weil wir dann ein bisschen was am PC machen müssen und ein bisschen was umrüsten und gucken, ob das bis 18 Uhr, wenn wir Schild streamen wollen, dann wieder läuft. Die Fashion Week ist zu Ende, glaube ich zumindest. Ich gucke nochmal hier rein. Fashion Week, Fashion Week, genau. Die Fashion Week ist zu Ende. Es gab viele neue Shinies in der Fashion Week. Es gab generell viele neue Pokémon in der Fashion Week. Grund genug, erstmal meine Ausbeute ein bisschen zu zeigen aus der Fashion Week, was zu entwickeln, neue Shinies zu entwickeln. Ich möchte heute aber auch was maxen, obwohl nicht Max Out Monday ist. Bei mir ist heute Max Out Tuesday. Ich maxe was. Und es gibt ein Gewinnspiel. Wie ihr es im Titel vielleicht schon gelesen habt, gibt es Shiny Absol mit Sonnenbrille zu gewinnen. Fünfmal. Ich habe nämlich rausgehört, dass viele Leute gesagt haben, das ist das Highlight der Fashion Week. Shiny Absol mit Sonnenbrille. Generell, Shiny Absol wäre schon ein Highlight, aber mit Sonnenbrille nochmal viel genialer. Das ist meine Ausbeute jetzt. Ich habe mir die alle mal markiert, dass das übersichtlich ist. Wir haben zum Beispiel dieses Smetbow. Smetbow gab es ja auch schon letztes Jahr. Smetbow gab es auch dieses Jahr. Smetbow kam so oft vorgefühlt, als Shiny auch. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, dass es erhöht war. Habt ihr ein Shiny Smetbow bekommen mit Schleife? Die Vorgänger gibt es leider nicht. Ich hätte mich mega gefreut. Vielleicht auf ein Shiny Raupi mit Bierglas oder irgendwas. Keine Ahnung. Nein, es gibt immer dieses Smetbow mit dieser Schleife. Finde ich jetzt nicht so krass. Ist aber hier mit dabei. Dann haben wir hier Dicta. Dicta gab es mit Hut. Ich habe hier zwei Shinies. Das höhere von beiden möchte ich jetzt mal entwickeln. Damit ich auch hier die Shiny Familie voll habe natürlich. Viele sind aber schon ein Bos darüber wieder, dass das... Also es ist schön, dass es seinen Hut behält. Ja, aber es hat ja einen Kopf mit einem Hut. Und dann hat es drei Köpfe. Warum hat es dann nicht drei Hüte? Das wäre doch richtig genial gewesen. Also guck mal, wie der Hut da rumzappelt und wie pervers das aussieht. Also ich hätte das auch mega gefeiert, wenn Dictry plötzlich drei Hüte hat. Für jeden Kopf einen Hut. Hat es aber nicht. Gleichzeitig habe ich gedacht, ich finde dieses Pokémon eigentlich so genial, dass ich auch ein hundertprozentiges gern entwickeln möchte. Also erstmal hochziehen, pushen, dann entwickeln. Auch wenn das nicht Max Out Monday ist, das möchte ich einfach machen. Ich finde, das hat Style irgendwie. Deswegen machen wir auch am Dienstag hier ein kleines Max Out von diesem 100% Dictry mit Hut. Müssen wir jetzt nur noch den Level 50 Tag dran machen. So, bitteschön. Dann haben wir ja irgendwann, gab es auch mal das Hut-Hut mit Hut. Den habe ich irgendwann in einem Gewinnspiel damals verlost. Der Gewinn hat es immer noch nicht abgeholt. Gleiches gilt für dieses Waumball mit Hut. Das war mal bei einem Gewinnspiel drin, hat auch noch keiner abgeholt. Manche haben einfach aufgehört zu leveln, sich nicht mehr gemeldet, sind nicht mehr erreichbar. Ist natürlich schade. Kursilla gab es auch. Das ist auch nicht von jetzt. Das möchte ich zur Vollständigkeit aber auch zeigen. Das hat mir Pupsi damals getradet. Ja, das hat nämlich gebrütet gehabt und hat mir das rübergetauscht. Ist also auch hier am Start. Kirli, ja, ist eigentlich auch schon alt. Gab es ja auch schon beim letzten Mal. Gab es auch dieses Mal. Geht nicht entwickeln. Hat einen Hut. Nehmen wir auch hier mit rein. So. So, lassen wir erstmal alles aus. Scheinux. Habe ich auch vom letzten Mal. Seht ihr, 3.10.2020. Beziehungsweise ist es schon zwei Jahre her. Aber 3.10. Passt. Also so im Oktober ist immer die Fashion Week. Da bin ich auch stolz drauf. Und vor allem bin ich froh, dass man es nicht entwickeln kann. Kli Bunkel. Haben wir hier zwei Shinies. Und da werde ich auch einfach eins entwickeln. Das ging sonst nicht entwickeln. Jetzt geht es entwickeln. Es durchstößt mit seinem Horn dann seinen Cap. Was sicherlich auch richtig toll ist. Ja. Aber andere sagen wieder, ah ne. Wenn die Mütze noch ganz dran wäre, wäre das noch lustiger. Aber wo soll die denn dann sitzen? Die hängen dann in der Luft oder was? Das ist ja so, dass da mehr Platz von Nöten wäre. Hat er nicht. Und dieses möchte ich glaube ich auch als Hunderter maxen und entwickeln. Weil das auch irgendwie Style hat. Ich habe glaube ich schon, aber ich glaube ich müsste einen Toxic Kack schon auf Level 50 haben. Das werden wir jetzt aber trotzdem auch auf Level 50 ziehen. So. Sieht gut aus. Hat Style. Passt die schwarze Mütze zu seinen schwarzen. Der hat ja andere schwarze Highlights hier überall. Guckt mal. Der hat da so Armbänder. Der hat da so. Das passt einfach alles zusammen. Das ergibt genau ein Gesamtbild. Wir machen hier also auch den Level 50 Tag dran. Dann haben wir Elizeber. Das gab es ja auch. Gab es aber beim letzten Mal auch schon. Das ist auch total unscheinbar. Kann man zum Glück nicht entwickeln. Hier habt ihr Koi Faf. Da war es ja gut, wenn man 10 Stück bekommen hat vielleicht. Wir haben jetzt hier eins. Form ändern können wir natürlich. Ich glaube, das Größte lasse ich so wie es ist. Bei den anderen gucke ich mal kurz, was ich machen kann. Ich kann hier einmal einen Diamantenschnitt machen. Es gibt ja überall auf der Welt verteilt verschiedene Schnitte. Dann das zweite nehmen wir hier und machen einen Damenschnitt. Bei diesem. Und den Kavalierschnitt können wir auch machen in Europa. Also die männliche, weibliche Form gibt es theoretisch überall. Und bei uns ist halt dieser Diamantenschnitt, glaube ich, der vertretende. Je nachdem, wo ihr euch auf der Welt befindet, gibt es auch andere Schnitte, die ihr machen könnt. Und zum Valentins-Event gab es auch die Herzform. Die haben wir jetzt auch alle hier gemacht. Das passt. Die restlichen muss ich aufheben. Toxikak haben wir gemacht. Fehlt eigentlich nur noch Absol. Bei Absol haben wir wie gesagt hier auch. Shinies am Start. Sechs Stück. Fünf für euch. Eins für mich. Du könntest ja auch eine Mega-Entwicklung durchführen. Dann verliert es natürlich seine Brille. Also gehen wir hier drauf. Denn das finde ich auch noch ganz besonders. Weil es mega cool ist. Also werde ich dieses auch entwickeln. Und achtet jetzt schon mal auf den Namen. Vor allem entwickeln. Ich werde das auch maxen. Achtet jetzt schon mal auf den Namen. Denn wie bei jedem Gewinnspiel gibt es wieder einen Hashtag. Hashtag wird diesmal sein Absol. Absol. Also Absol. Aber mit zwei. Aber eigentlich neben dem O noch eine Null. Aber erst die Null. Dann das O. Klingt verwirren. Aber werdet ihr. Guckt es euch ganz genau an. Guckt es euch ganz genau an. Denn darum wird es gleich gehen. Ich mache jetzt aber für euch dieses Bild drauf. Und erkläre euch also jetzt nochmal was ihr tun müsst. Um beim Gewinnspiel mitzumachen. Und das war theoretisch jetzt meine Ausbeute. Wir haben ein bisschen was gemaxed. Wir haben ein bisschen was entwickelt. Wir haben ein bisschen was gesammelt. Ich habe alles gezeigt. Und ihr könnt jetzt also fünf Shiny Absol gewinnen. Fünf Leute von euch. Oder einer kann fünf gewinnen. Das würde theoretisch auch gehen. Ihr wisst wenn wir Gewinnspiele machen. Machen wir meistens am Dienstag ein Video. So wie jetzt. Dann ist eine Woche Zeit mitzumachen. Bis zum Montag. Am Montag bei Chill mit Ramses wird dann ausgelost. Chill mit Ramses ist ein Livestream Format hier auf meinem Kanal. Das beginnt immer 20 Uhr am Montag. Und Verlosungen sind meistens 21 Uhr. Auch diese. Also seit 21 Uhr spätestens am Montag bei der Verlosung im Stream anwesend. Wenn ihr gezogen werdet. Dass ihr auch sagen könnt. Yo bin hier. Zack. Damit wir auch gleich abklären können wo ihr euch meldet. Wegen einem Trade und so weiter. Ihr müsst einen Kommentar jetzt schreiben unter das Video. Um mitzumachen. Schreibt einen Kommentar unter das Video. Mit Angabe eures Trainernamen. Mit Angabe ob ihr ein Shiny Absol schon registriert habt. Dabei ist es egal ob das ein Kostüm hat oder nicht. Ist für mich nur wichtig. Wegen den Tauschkosten. Und damit ich weiß ob man erst leveln muss. Oder ob man direkt tauschen könnte. Wer keins hat. Ich kann keine eine Million Staub ausgeben. Dafür ihr sicherlich auch nicht. Deswegen ist die Angabe auf jeden Fall wichtig. Also erstens Trainername. Zweitens Angabe über das Shiny. Habt ihr schon eins registriert? Habt ihr noch keins registriert? Ist das komplett neu? Drittens. Wie fandet ihr die Fashion Week? Hat es Spaß gemacht? Wie war eure Ausbeute so? Und viertens den Hashtag Absul. Den wir euch vorher gezeigt haben. Der muss als viertes reichen. Am besten ihr schreibt es alles also nummeriert untereinander. Dann sieht das ordentlich aus. Ansonsten ist euch da freie Hand überlassen. Und schreibt Absul wirklich so wie ich Absul geschrieben habe. Achtet auf Groß- und Kleinschreibung. Und zur Erinnerung. Das erste war eine Null. Und das zweite war ein O. Das waren nicht zwei Os. Das waren nicht zwei Nullen. Das erste war eine Null. Und das zweite war ein O. Bei Absul. Und so habt ihr jetzt Zeit bis nächste Woche Mondag einen Kommentar zu schreiben, mitzumachen. Und 21 Uhr werden wir dann auslosen. Das war eigentlich schon alles. Die Zeit hat auch geklingelt jetzt. Ich muss ihm also wieder das Türle aufmachen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Genau, das sieht gut aus. Ah. 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 Vielen Dank.